Ich möchte eine Geschichte erzählen. Von Liebe, Hass, Vergebung und von der Schönheit des Lebens. Es ist meine Geschichte. Ich war acht Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Wie? Da sollen wir alle leben? Du willst also im Dschungel bleiben, wenn du erwachsen bist, ja? Ich könnte ewig hier bleiben. Sie bereiten den nächsten Krieg so vor, Stimmts? Hier sind wir sicher. Wenn er stirbt, müssen andere dafür büßen, ja? Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben. Du hast uns mit in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen. Papa! Müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Es gibt kein Leben, es geht ums überleben. Um den Golden Children's War Und wenn du dich dann nicht beiget is, wie wir die Barren特 machen wollen. Es geht ums überleben, es geht ums überleben. Und wenn du dich dann spielst. Vielen Dank.